Die Vario Display Serie der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland sind medizinische Multimodalitäten-Monitore in den Größen 22, 21 und 19 Zoll. Durch die Verwendung von High-End Panels garantiert die Vario Display Serie brillante sowie authentische Bildwiedergabe und erfüllt ein hohes Maß an Sicherheit und das Einhalten internationaler Normen. Damit eignet sich die Vario Display Serie besonders für medizinisch sensible Bereiche, wie OP-Säle, Intensivstationen und Notaufnahmen, auch im patientennahen Bereich. Durch den IP65 Schutz ist das Gerät vollständig gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten geschützt. Weiterhin gewährleistet ein speziell entwickelter antimikrobieller Hygienelack sehr gute Hygiene-Eigenschaften und ist durch seine Mikrostruktur zudem besonders unempfindlich und kratzfest. Die Verfügbarkeit des DICOM-Preset und verschiedener Gammakurven gewährleistet eine zuverlässige Darstellung und Bildcharakteristik. Zudem erfolgt die Stabilisierung der Hintergrundbeleuchtung durch die Verwendung neuer Controller mit Backlight-Stabilisierung. Ein Sensor misst kontinuierlich die Helligkeit und gewährt langfristig stabile Luminanz. Mit der Bild-in-Bild-Funktion lassen sich zwei verschiedene Signalquellen gezielt ineinander einbinden oder gleichberechtigt nebeneinander darstellen. Die umfassende Auswahl an digitalen und analogen Videoanschlüssen stellt einen direkten Anschluss und optimale Bildqualität sicher. Die Bedienbarkeit wird mittels Schnellzugriff durch separate Auswahltasten für Signalquellen und Benutzerprofile erleichtert. Sämtliche Geräteeinstellungen lassen sich im Benutzerspeicher festlegen und leicht abrufen. Um die Ansprüche in verschiedenen Bereichen optimal zu erfüllen, stehen mehrere Optionen zur Wahl. Displaygrößen und Videocontroller. Konfigurieren Sie das Vario-Display entsprechend Ihrer Anforderungen. RheinMedical. We make your e-health come alive.